Servus, ich bin der Christian, das hier ist Mr. Nerz. Um uns herum ist schon Mordstrubel hier auf der Motorbike Expo in Verona. Wir sind extra für euch hierher gefahren, um uns die neuesten Trends der italienischen Szene hier abzuholen. Schaut uns einfach mal um, würde ich sagen. Mr. Nerz! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.